Stadtmagazin TV Termine Stark, sinnlich, geschmeidig ist die Stimme von Patricia Vaughn aus Texas, die sie am 31. Oktober im Volkshaus Tungendorf präsentiert. Brahms Liebeslieder sind am 1. November im Kulturwerk am See unter dem Titel Tanzen, Tändeln und Tafeln zu hören. Mit Bill Mockridge geht es am 2. November im Bürgerhaus durch das Anti-Aging-Programm Was ist Alter?